Wenn du eine Website hast, dann willst du natürlich, dass die richtigen Leute, wenn sie nach deinen Lösungen suchen, auf deiner Website landen. Und heute zeige ich dir einen kleinen sieben, vielleicht drei Sekunden Trick, das du anwenden kannst, um Informationen einzuordnen. Es geht darum, wenn du deine Sichtbarkeit steigen willst in Suchmaschinen, musst du auch ein bisschen schauen, welche Informationen gibt es da draussen. Und du musst dabei wissen, dass Google auch bewertet anhand der Aktualität. Wenn du natürlich dann auch googlest nach diesen Themen, die deine Wunschkunden eingeben sollten, dann findest du Inhalte in Google. Deine Aufgabe ist es nun, vor allem die vordersten Ränge ein bisschen abzusuchen und zu analysieren, um zu sehen, wo gibt es Lücken, in die du springen kannst. Dazu schaust du dir natürlich die ersten Resultate an. So lehren wir es auf jeden Fall. Und landest häufig auf Blogartikeln oder News-Einträgen auf Websites und kannst anhand der Inhalte abschätzen, könnte ich das besser oder nicht. Und interessant ist natürlich auch immer das Veröffentlichungsdatum. Also wissen, wie alt ist etwas. Und wenn du merkst, alles zu diesem Thema ist eigentlich veraltet, ich könnte da frischer mit neuen Inhalten kommen, dann hast du eine Chance entdeckt. Manchmal aber, und in meinem konkreten Projekt jetzt, bin ich auf diese Seite gestossen, da finde ich nirgends ein Datum. Ich kann also auf den ersten Blick nicht einschätzen, ob das für Google relevant ist oder ob ich da auch übertrumpfen könnte, neuere Informationen liefern könnte. Und ja, das ist ein News-Eintrag auf einer Website, nirgends ein Datum. Jetzt kommt dieser 3-Sekunden-Trick. Rechtsklick auf das Bild. Open Image in New Tab, also das Bild in einem neuen Reiter öffnen. PAM! Jetzt gehe ich da auf das Bild. Und hier oben sehe ich in diesem Link zum Bild. Uploads 2020 10 18. Das heisst, zu diesem Aufnahmezeitpunkt jetzt ist das bereits schon über zwei Jahre alt. Und da kann ich dann meine Gedanken dazu machen, ob das ein Thema ist, das ich aufgreifen sollte oder nicht. Das musst du natürlich in deinem Fall dann abschätzen. Wenn dir solche Tipps gefallen, gib mir einen Daumen hoch. Und jetzt, wenn du deine Sichtbarkeit in Suchmaschinen steigen willst, und ich kann dir sagen, das kann auch Spass machen, zu tweaken, kleine Tricks anzuwenden, oftmals wirklich kleine Dinge. Einmal habe ich vier Buchstaben geändert in einem Artikel und die Klicks verdreifacht und fast verdreifacht, für 2,8-Facht. Das kann dann wirklich Spass machen. Und für dich habe ich einen Kurs zusammengestellt mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen, die du nutzen kannst, um deine Sichtbarkeit zu steigern. Und wenn du dieses Basiswissen hast, dann hilft es dir in Zukunft für alle Inhalte, die du auf deiner Website veröffentlichst und überarbeitest. Das gibt dir wirklich ein super cooles Fundament. Sehr einfach umsetzbare, ganz konkrete Massnahmen. Klicke also den Link unter diesem Video und ich freue mich dann, dich in diesem Kurs zu sehen. See you soon. Bye bye. Klicke. Klicke.